Ich weiß es sieht Fenster aus, aber der Irre dort unten hatte Recht. Die Zitronen nehmen wir nicht. Wir gehen sofort wieder hoch und zwingen ihn mich wieder in meinen Körper einzusetzen. Und er bringt uns sicher um, weil er mächtig ist und ich keinen Plan habe. Ne, hier war ich auch. Wow. Ich will nicht lügen, wir haben ein Millionstel einer Chance aufgerundet. Machen wir doch was Verrücktes. Wenn wir schon explodieren, dann doch wenigstens mit Fördern. Hm, das trinkt. Ich denke, ich muss dann da durchfliegen. Och, komm, leck mich. Aber hart, dann... na, okay. Nicht rumraden, alles wird gut. Das tut schon. Ich bin gerade wieder. Zack. 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 Huiiii. Juiiii. Was? Vorsicht. Ne, ach was, hier ist ein Loch. Doch, hier war ich schon überall. Das gibt's doch nicht. Kann doch nicht wahr sein. Gibt's doch nicht, dass ich hier einfach weitergezockt habe. Obwohl die Aufnahmen weg waren. Und hab ich das hier schon mitbekommen? Ich hab ja gerade ein Rätsel. Seltensamen. Und jetzt frage ich mich gerade, wie ich hier weiterkomme. Wie geht's hier, wie geht's mir auch weiterkomme. Ah, aber hier sind überall Gitter. Das heißt, hier kann ich ja kein Gel hineinhauen. Aber hier kann ich was hier machen. Ah, das bringt mir nichts. Das tropft nix mehr. Das war voll doof. Hm. Äh, ich muss mich da jetzt hochklapportieren. Ja, ne, da drüber geht ja nichts. Ich könnte vielleicht da drüber... Oh, nein. Hier muss auf jeden Fall ein Portal hin. Das ist... ...irklich logisch. Das schreit der Firmsel an. Mit der Tuch hier in der Talente. Ähm. Ja, aber wie geht's jetzt weiter? Ja. Tja. Kann es sein, dass ich hier aufgehört habe, weil ich gefostet war? Das kommt ganz gut hin Guck ich da so ein Ding hin? Was ist das Ding? Eheh, da kann ich nicht mehr raus Schweiß das Ding Hey, da ist wieder eine Säbe hoch Ähm... Ich wollte dich hier noch gucken, was dich da hochschleudert Sieh... Also... Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Spiel so schwer ist Naja, wahrscheinlich ist es nicht mal schwer Sondern einfach nur... Ziemlich offensichtlich Und ich bin nicht so blöd Und check's nicht Und die meisten, die es jetzt wissen Die lachen sich wahrscheinlich nicht ab Geil Ich werde es mal versuchen, da irgendwie hochzurechnen Ich bin so, wo das bringt Ich lasse einfach raus Ah, das bringt es Eheh Samet Wollt Eheh Some We ől Wollt 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 Was war Ackely? Wollt 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 Erstmal hier dahin kotzen, wo geht Hotz, Hotz, Hotz 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 Cool, eben auf jeden Fall auch noch mal schicken und schweißen Schmeißen Ähm Speed Gale Jetzt hier, jetzt Spurgel Wahrscheinlich das Speed Gale muss wahrscheinlich Da hin Jetzt springe ich ab da rein oder hier Hier rein Nein Ja weg Das ist jetzt ausprobieren Nichts Naja okay, das wird auch schon funktionieren Irgendwie wird das funktionieren, ich muss lauter sprechen, ich weiß Uiii Juhuuu Ähm, da muss auch das Flowerzeug gehen Definitiv Gitarren Gitarren Ja Schmeiß Ja Ja Ich bin Ja Ich bin Ja 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 So, jetzt nochmal. Juhu, 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 Juhu. Einfach durch die Rohre durchhüpfen. So läuft das. So muss das. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich muss... Nein? Ja, ich muss eben nicht. Ich bin doch. Ich bin doch alle. Was ist jemand? Boah. Wie das hier abprallt und einfach alles versaut. Was geht hier ab, ey? Okay. Einfach erstmal abgeprallt. Einfach dir das an. Guck dir diese Sauerei an, Alter. Ähm, jetzt nur eine Frage. Eine Frage, então. Bei mir komme ich nichts hin. Das hat es schon ganz gut gemacht. Aber ich weiß leider auch nicht dadurch wie ich jetzt weiterkommen will. Naja gut, das ist okay erstmal. Überall. Pfff, ganz schlimm, oder? Pfff, ganz schlimm, oder? Und das einzige was ich hier machen kann ist eigentlich die Wände einsauen. Wow, toll. Beeindruckt. Weil ich... es kommt hier nirgends... Irgendwie kommt hier nichts rein. Gar nichts. Ich sollte mich damit achten, dass es nicht geht. Ähm, er stirbt als der Gehälschluss, oder was? Hallo? Ich aber ernst, oder? Ich will mich hier doch nicht einfach so hängen. Also ich geh zweit. Ich bin ja auch nicht ruhig. Ich war ja in den Gegenportal. Das ist ja das Problem. Ja, wohl. Jetzt haben wir es doch. Da ist unser Gegenportal. Das auch nicht. Zack. Ja, haben wir es. Scheint mir erstmal alles gleich. Gut, dann haben wir das schon mal. Ähm, Frage... Kann ich noch nach oben. Wollen wir mal. Hä? Oh. Äh. Oh. Äh. Und... Wo ist jetzt hier... Äh... Oben und wo ist unten? Ich glaub das ist oben, oder? Ach du Scheiße. Nein, nicht runter rutschen. Oh. Shit. Ich hab das Gefühl, ich würd jetzt hier runterfallen. Boah. WTF. Alter. Nicht geil. Boah. Nein. Geil. Ganz geil. Hä? Oh. Wo zur Hölle bin ich? Wo zur Hölle bin ich gelandet? Äh. Hallo? Das geht hier ab? Wir haben hier dieses Portal dahin bekommen. Hä, wo bin ich denn bitte? Hallo? Was geht hier ab? Ich hab keine Ahnung wie dieses Portal dahin kommt. Das ist der reizte Mindfuck gerade gewesen, ey. Gelpumpfstationen... Das war jetzt echt gerade krass. Hm, da müssen wir ja nicht da irgendwo herunterspringen. Das ist aber nix. Das ist wahrscheinlich von hier. Wie geht das? Das muss ich jetzt mal abziehen. Wahrscheinlich nicht weit genug weg. Oh, ich kann sogar da oben Portale machen, geil. Was auch immer, der mir das bringt, aber gut. Da unten ist nämlich nix. Das ist nix. Das ist nix. Federstiefel nenn ich mal. Ähm. Ja, also da oder das passt schon. Ich weiß noch nicht von wo oben. Das ist ja eigentlich nur das da, ne? Ah. Ah. Mal ausprobieren. Ich würde ehrlich gesagt gerne, ich würde gerne sprinten können. Das wäre geil. Ah. Gut ja. Das wäre geil.